So Freunde, heute zeige ich euch mal hier in Calamellor, den Strand ein bisschen. Ja, sehr voll. Man merkt, dass die Deutschen wieder zurück sind. Kaum Liegeplätze frei. Nein, gehen wir mal hier oben. Na, dann gehen wir mal ein paar Meter. Das Wasser, wenn man da mal drin war, dann geht's. Am Anfang halt. Oh, das ist wieder kalt, ne? Ja. Wenn man mal einmal richtig frühe isst, ist es warm. Ja. Wenn du nicht so Apfel getrunken hast... Dann ist das Wasser wieder kalt, ne? Ja. Heute ist auch ein bisschen Wellengang. Wie man sieht, nach einer Ecke da hinten haben wir Rot, hier haben wir Gelb. Ja, wir können ja Fußball spielen. Wenn wir Platz haben, können wir Fußball spielen. Aber auch ein anderes Spiel. Ich kann gut drauf machen. Ja. Ja. Mein Harry muss dann reingepallen. So eine kleine Hand. Da pfeift der Bademaster schon. Ja, das darfst du einfach mal, dass die kleine Kiddies hier haben und alle warten. Ne, aber wenn Rot ist, darfst du an die reingehen. Ja. Die sind trotzdem da drin. Ja, das darfst du nicht. Kommen wir jetzt die Kuh ein oder ein Marken? Nein. Ich habe gerade auf meinem Knie nämlich so einen Stich auf einmal. Stich? Ja, wo die Wasser passt. Direkt auch mein Stickband weg. Okay. Ja. 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 가서 langsam. Ja. Fuck. Ja. Ichивал dir. ехハal. Ich freuen sich mal, jetzt w cour tut. Das sieht ganz sauber aus, der Strand. Meine Algen hier, hä? Hier ist ja alles schön da. Das sind halt richtig viele kleine Steinstellen. Kleine kleine Steiner, ne? Ja. Aber sonst ist Schrott sauber, ne? Keine Algen, gerade nichts. Ich weiß nicht, wie wir brauchen, dass sie da alles fast da wird. Und was man feststellen kann. Damit sie auf dem Wasser dann einschieben kann. Ja. Da fängt das wieder so schnell nicht an, oder? Ja. 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 So. Ja. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020